Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition. Wie ihr letztes Mal es ihr gesehen habt, haben wir es in die Nähe von Kolonie 6 geschafft. Wir sind jetzt unterhalb von Kolonie 6 in den Minen, haben eine supertolle Heilerin, einen leicht dummen Krieger oder Tank oder was auch immer das sein soll und mich mit dem Minato, äh Monato. Lasst uns loslegen. Mein Spruch mit dem Minato. Irgendwann, dann merkt ihr es mir. Die Frage ist nur, wie lange wird das noch da waren. Sehr schön von der Seite. Von hinten, warten wir hinten. Habe ich hier die gesehen? Der war Level 19, ja? Zur Not kann man hier leveln dann. Na ja, zur Not müssen wir hier leveln. Falls wir den Big Boss nicht schaffen mit seinem Level 25, die er damals hat. Ich hoffe, ich hoffe mal, der hat danach noch 5.20. Nur, dass der währenddessen auch levelt. Moment, habe ich es jetzt perfekt geschafft? Ich weiß nicht. Gehen wir einfach mal von 9 aus. Ich hoffe, euch gefällt es noch immer. Wie gesagt, ich finde das Spiel eigentlich so recht cool. Grafik, ja gut. Ist halt ein etwas älteres Spiel. Und die Steuerung verlässt mich hin und wieder. Aber sonst könnte ich das Spiel voll und ganz empfehlen. Lass ihn doch nicht biegsen, Mann. Einmal schwanken. Statt hat gerade zu langsam. Gott sei Dank erscheint die Truhe hier. Wollt ihr nicht schon wieder runterklettern? So. Gut. Wie kommt man da rüber? Ähm. Nee, oder? Ja, das ist die einzige. Auf das Rohr. Das schätze ich. Aber von hier zum Rohr. Mal testen. Alter, das kann wirklich funktionieren. Aber es funktioniert auch anders. Ich hätte es mal von hier. Oh, komm jetzt da. Seid zu fett. Ja, genau. Brav. Fein. Gut gemacht. Ja, genau. Halleyoop. Und nochmal. Halleyoop. Fast soweit. Sehr schön. Lichtfledermaus. Naja, hat ja... Weiß nicht, ob sich das gelohnt hat, aber egal. Haben ist haben. So. Äh. Warte. Oh. Ich wollte gerade angreifen. Da war es jetzt dieses niedlichen Kerl, ey. Sio. Nobon AG. Okay. Ja, nein. Mini hier ist total verwirrend. Man verläuft sich leicht. Aber keine Sorge. Seht ihr Leuchtmus an der Wand? Orientiert euch daran. Leuchtmus an der Wand? Okay. Bin ich mal gespannt. Seid noch keins. Ja. Ja. Kaufen. Was hat er denn? Ballan... Aus Balance-Ramme. Vergleichen. Wie kann man das vergleichen? Nein, nicht so. So. Ist es besser, schlechter oder... Sie hat halt einen leeren Sockel. Da kann ich reinklatschen, was ich will. Die andere hat dafür Brandangriff plus 50. Ah, scheiß drauf. Gekauft. So. Keine Ahnung. Schwere Entscheidung. Ich bin ja mit der Ausrüstung gut gefahren. Oh. So. Sternchen heißt im Endeffekt, ich habe das schon, oder? Also, kaufen wir einfach mal das, das, und das, und das, und das, und das. Oh, jetzt langsam geht mir die Kohle aus. Okay, und das. Das kann ich mir nicht leisten. Ah, jetzt ist die ganze Kohle weg. So, danke, Bon. So, dann... Äh, kommt bald wieder. Hier, wenn es sein muss, aber... Ich bin jetzt ziemlich pleite. So. Sie vielleicht, ne? Hm, du aber... Nope. Bei ihr vielleicht? Nope. Bei ihr habt immer E. Bei ihrer zeigt es noch was an. Also, ja, weil ich was gelernt habe. Gut. So, Techniken. Neue Technikbücher haben höhere Technikstufen ermöglicht. Okay, sehr schön. Schließen. Äh, wie viele Punkte habe ich denn? Hm, ne. Die brauchen wir daweil nicht. Wir gehen weiter. Guys, kill the noise. A mech on. I can't believe they've taken the mine, too. That means the Defense Force and Residents are... Oh, no. Juju! Keep it together, Sharla. Don't start panicking now. Rhyne! Rhyne! You said yourself, they can't have seized the entire area, right? I bet you they're holed up someplace safe. Juju is alive, and we're gonna find him. That's why we're here. You can count on us. Ah, ja, 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 das wird alles gut sein. Rhyne, Schulk. Danke. Ah. Also, Juju vielleicht, aber ob wir die anderen da wieder sind? Also, ich glaub, für den Verlobten kannst du sich verabschieden. Alle-hup! Je... Alter, das war ne Treppe. Warum springst du bei der Treppe runter und schreist alle up? Ich würd's verstehen, wenn's was wirklich Übles ist, wo du runterspringen musst, aber es war ne Treppe. Da haben wir wieder bissl große Erdliste alle, wenn wir schon an der Mines sind... Bleibt ihr! Ich brauche einen Angriff, der was von vorne geht. Brauchst du eine Greats sagen, du bist scheiße, Rain. Okay, das heißt, wir gehen zuerst kein Schimmer. Ja, gib uns das, Stealer. Luki-Luki. Ah. Speer, komm her. Oh, der ist aufgepasst, der ist Nummer 20. Der kriegt doch was draufhaben. Ja, ja, die Power des Monados, bla bla bla. Ach, die machen keinen Schaden. Nein, 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 du bleibst schön, 3,4. Hm. Ich glaub, den muss ich immer mit Monado buffen, damit die auch Schaden machen. Könnte das sein? War ich so nubig bis jetzt? Scheiße, ich glaub, ich war so nubig bis jetzt. Sollte ich so nubig bis jetzt gewesen sein? Sorry. Trophäe ist selten schön. Ja, danke. Okay, das sind normale Gegner. Wunderbar. Aber 22 könnte doch halbieren. Oh! 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 Komm, von hinten, von hinten! Oh! Oh! Molado! Ich hab's richtig gesagt. Bei zwei Gegnern geht es relativ gut, da wechseln wir schon wieder. Was denn jetzt wieder? Easy zerbrochen man, nichts ist mit Hellsicht, doch vieles mit Hellsicht rein. So, also da lang muss ich, ich würde aber gerne vorher da lang und die Adsblätten und da hinten schauen, was da hinten so ist, bevor ich jetzt hier lang gehe. Das werden wir tun. Ja, komm hierher. Ja, und einmal Monato schlocken. Danke. Okay. Erstmal tot. Der nächste. Ja, geht doch. Okay. Okay. Ich fühle mich. Jetzt! Wir sind die Beste. Wer noch etwas will? Wir machen eine große Team. Vielleicht können wir sogar zusammen. Bis wir zu den komischen Gesichtsposten kommen, Level 25 oder höher sind. Noch ein paar. Helf dir. Und? Ja, sehr schön. Wieder beide getroffen. So muss das. Ach, jetzt hat sie doch gerade keine Akku man. Verkrümmel dich, Vogel. Ja, mit den Loads, auch wenn es unnötige Sachen sind. Roter Flügel. Hallo, rotst du mal? Danke. Mystic Leuchtkäfer. Nein, Akku ziehen. Hallo. Hallo. Testbohrungskur. Testbohrungskur. Hilf mir auf. Dankeschön. Ja, er liegt und tschüss. Naja, ob das wirklich so easy ist. Ich weiß ja nicht. Hohohoho. Okay. Der hat jetzt gerade richtig gesessen. Okay, man kann da hochklettern. Das machen wir mal. Aber es heißt, hört. Oh, bewegt sich das scheiße. Ja. Sehr schön. So mag ich das, wenn die Schläge kreppen. So. Wir haben vielmehr eine neue Waffe bekommen. Für unseren sehr intelligenten Tank. Ah, okay. Dann rüsten wir mal die Waffe für unseren sehr intelligenten Tank aus. Phalanx. Hä? Das waren nicht die, was ich gekauft habe. Wie hieß denn, die, was ich gekauft habe? Hm. Hieß die Phalanx? Ne. Aber im Endeffekt ziemlich egal, die Phalanx ist gut. Phalanx.. Da hat die, glaube ich, gekauft. Was heißt, du hast überall Plus? Ja, okay. Ja, gut. Die Kohle wird umsonst rausgeworfen, aber egal. Also, da solltest du runterhüpfen und kletterst runter. Ich hasse dich so sehr. So. Äh. Das ist das. Da hinten gibt's doch sicher auch irgendwas. Level 24er Krabblech, den schafft man. Einen Auge-Schlag. Blöde, sie kommt nicht hinten ran, aber egal. Einmal. Schulkeil? Oh, Schulkeil. Sunny! Danke! Äh, was? Verzaugen wir. Möglichst alle Waffen Mechner zu treffen? Ne. Äh, wo ist denn der? Impuls! Auf den da. So. Damit können wir unser Tank mal besser ausweichen und besser treffen. So. Er ist der Tod. Komm. Dann halten wir seine Seite auch. Schirla, führ ihn auf! Komm her! Ja! Wir gewinnen! Jetzt werden wir wenigstens immer so oft geblättert wie am Anfang. Am Anfang war es ja wirklich immer nur fliehen. Und hoffen, dass es ausgeht. Boah, den hab ich aber schlecht gewischt. Und tschüss. Okay. Und fast tschüss. Dann hat jetzt tschüss. Ja, wir sind ein großartiges Team. Das wusste ich schon vorher. Wieso glaube ich, dass da hinten irgendwo ein fettes Vieh wartet? Wieso glaube ich, dass da hinten ein fettes Vieh wartet? Ich hasse es, wenn ich recht hab. Ich hasse es, wenn ich recht hab. Oh, alter Schwede! Huch! Wenn hier erstmal die Dinger kommen, bleibt mir immer kurz das Herz stehen. Das Vieh schaff ich nicht. Das Vieh ist zu stark. Aber ich könnte die da an der Seite buchen und versuchen vorbeizurennen. Aber ich hätte gern wenigstens die Teile da hinten. Das Vieh muss ich irgendwann später platten. Es gibt sicher irgendeine Quest, wo ich das Vieh platten muss, soll es sein. Und tschüss. Na? Du suchst das nehmen, Mann. Danke. 29 mit 25 könnte ich vielleicht das keyieren. Aber mit dem Level jetzt? Nee. Bum, wir legen hin. Ja, sehr schön. So soll das. Und von hinten. Sehr schön. Häh? Mach ungewaffne Gameplay. Unwicht. Okay. Seit wann hab ich die Fähigkeit? Egal. Die hab ich wahrscheinlich vorher gekauft. Schnell ändern. Techniken. Okay. Ähm. So. Das heißt, ich setz die wieder hier hin. Und jetzt setz ich die hier hin. Und die kommt da hin. Die ist von hinten. Seite. Schwertschritt, der einen Feind unmächtig werden lässt. Aber nur erst, wenn er Ding ist. Hm. Hm. Seite. Das, das, das. Okay. Ja gut. Das. Sie hat auch was neues. Spezielle Äthergeschoss, das den Mut der Gruppe hebt. Hm. Finde ich besser als das Reinigungsschild. Bin ich ehrlich. Da muss ich eher auch was neues bekommen. Letztes Gefecht hatte ich das vorher schon. Aber die einmal vor der Kampfumfähigkeit bewahrt. Oh. Das ist Bombe eigentlich. Was haben wir denn dafür? Klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blocken. Ja, find den recht cool. Auch wenn der Zipzschenschaden füllt allmähig die Spezialanzeige. Zorn. Das könnte ich eigentlich... Ja, das könnte ich eigentlich weg. Ja, das geht mal weg. Ja, das geht mal weg. Schauen, ob man sieht. Scheint nicht so Sehr schön Großer Wasserkristall So Jetzt wieder an dem Ding vorbei Ohne es zu holen wäre schön Gut Dann auf zum Fähnchen Warte mal sind wir jetzt so lange gelaufen Dass die Kristalle jetzt wieder ready sind Weil da oben sind sie jetzt wieder eingezeichnet Ja gehen wir halt den Minium weg Oder Leute Das lohnt sich schon irgendwie Ja gehen wir mal gucken Ja der leuchtet jetzt wieder Okay Na ja dann nehmen wir natürlich zwei Ding mit Das kann ja nicht schaden Vielleicht kriegen wir irgendwas gescheites mal draus So Dann nehmen wir da den Ding auch noch mit Das war glaube ich War so klar dass die Verschärbswirkung nehmen So Großer Wind Großer Wind Oh noch einer Sehr schön Das war eigentlich drei So das mag ich doch Nicht in die falsche Richtung laufen Lerne es doch endlich Hast doch normalerweise Orientierungssinn So Und kommt die Videosequenz An Aether rifle Gadot Sharla wait Gadot Okay diesmal mache ich kein Fehler Diesmal buff ich Kommt ihr leute jetzt wird gepafft Und jetzt dann Wirklich Ich hab mir umgeworfen Weißt du was das bricht aber wurscht Weißt du was das bricht aber wurscht Wurscht Hey 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 Hierbleiben 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 Hier hat keiner gesagt dass du davonrennen darfst Kannst ja hierbleiben Ist das denn gebied bleiben? Guck mal weg deine Reise Geh weg deine Reise Geh weg deine Reise Geh weg deine Reise Ich will an dir hier vorbei man Kann man geht Ich bin fürchterlich, wenn man noch einen Mob vorbei will, aber man ist einfach zu fett, um vorbeizukommen. Gadot ist tot, das RIP. Gadot ist weg. Weg? Was bedeutet, weg? Gadot und ich haben eine Überraschung, um alle frei zu lassen. Aber wir verletzten, miserabend. Als ich wohnen, Gadot war nicht mehr zu sehen. Nur seine RIP. Aber er ist alive, ich kann es fühlen. Wir können nicht mit Blut sein, aber er ist wie ein Kind für mich. Ich weiß, wenn er dead ist. Einige der Leute in Kolonien 9 wurden verletzt. Rhein! Entschuldigung, ich habe das vergessen. Und ein Simmler-Klotz. Sie töten nicht Homs sofort. Wenn der einen Bronz-Faßte hat, haben wir noch ein paar Zeit. Sind Sie sicher? Junge, die Blade war damals Dunban. Ich bin nicht sicher, warum Sie sie haben. Aber wir brauchen ihre voller Kraft. Sie können auf mich betrachten. Wir gehen nach den Zentralen. Es ist dort, wo sie alle Homs holen. Wenn Juju живet, dann wird er dort sein. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen! Huh? Wuh? Was? Du sagst etwas, Schulk? Nein, nein. Es ist nichts. Lass es. Irgendwie glaube ich, der alte Sack glaubt er, dass die noch leben. Haben wir nie Gespräch. Geht sicher nicht? Doch! Oh, ne. Doch, ne. Alter, dafür brauche ich so ein Wölkchen. Okay. Das wird doch noch ewig dauern. Äh. Au? Ah. Zu breiten Öffnungs-Sinn. Dun, da-dun, da-dun. Huh? Hallo? Ja, jetzt durftest du es sagen. Hör auf, Schulk? Was ist falsch? Ja, das ist die Zeit. Juju! Gado! Das ist für Sie! Was kann es erme? Das ist für Sie? Ist Juju already Aber ist er tot tot? Oder wird er getötet? Ist das weshalb Thaar'on... Aber dann, was das bedeutet? Wenn wir weitergehen, wird Thaar'on wirklich sterben? Nein! Was ist falsch, Schulk? Diese Krieg ist für meine Leute. Wenn du es nicht verletzt hast, schraubt diese Weapon und zurück. Das ist nicht das. Ich... Es ist nur, dass... Entschuldigung! Für einen Monat! Ich weiß voll gut, was zu passieren mit meinen Brüdern und Schwestern. Es ist nur... Wir gehen! Fall in, Medic! Ich... Herr... Was es so wie vor? Kind of. Ich sehe einen Untergrund Aether River. Und ein Thaar'on. Oh. An Aether River. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Schmuck. 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 Die Totale. Die Totale. Die Totale. Die Totale. Die Totale. Das Schmuck. Was das? Unterstuhren, die du bedeer es! Ich habe das, bitte? Der nächste Tag kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, Schulk. Ihr zwei hat Juju zu retten. Ich weiß, wir können es wieder tun. Ich glaube in Sie. Danke. Sie sind richtig. Wir ändern was passiert. Ich habe nicht Juju gesehen und die anderen sterben. Sie sind immer wieder. Naja, ich weiß ja nicht wirklich, ob das funktioniert, was er der Sitter vornimmt. Ich würde eher No sagen. Äh, ok. Wo geht es da jetzt lang? Ich sag zuerst links. Ok, das Gespräch geht ja noch nicht. So. Klettern, klettern, klettern. Großer Elektrokustal. Sehr schön. Und nochmal. So muss das. Abwärts. Ich komme runter für die Maus. Bis da umgehen, Mauschen zu gehen. Und tschüss, wilder Mauschen. Oh. Ok, warum stehe ich jetzt da und nicht dort? Ok, egal. Egal. 22, 20, 20, 20, 20, ok. Alles möglich. Passt. Los geht's. Schwanken. Komm schon. Jetzt ist der da. Und dann der. Und der runter von hinten. Ja, sehr schön. Jetzt kommst du da her. Du kommst auch bei dir her. Euch drei wollte ich eigentlich nicht, aber ist auch ok. Wird auch so funktionieren. Wird auch so funktionieren. Einmal Heal. Einmal Acro Reset. Hallo? Häng ich irgendwo? Ach, die Mops haben mich eingehängt. Ich kann mich nochmal bewegen. Ich kann da echt nicht nur raus. Sehr schön. Ok, das war ein bisschen zu langsamer von mir. Nein. Minato Power. Monato Power. Hey, der hat dir gesagt du darfst bennen. Niemand. Alter, das wird immer schlimmer. Das hieß so stark? Ähm. Sunny? 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 Sunny, rette mir bitte mein Leben. Danke. Ja, hauptsache. Oh oh. Ja, mit Damage wieder die Zukunft verändert. So soll es sein. Krumm Schubbund. Ja, und jetzt kommt der danach. So soll es sein. Sehr schön. Schöne Compo hintereinander. So soll es so pass. Und was hat der schönes? Gehirngewehr. Ja, okay. Kaiserin Hanisch. Oh. Das könnten nicht gute items sein. Nachher gleich angucken. Oh. Die hat auch immer was schönes drin. Quas Leggings. Hey, hey, hey. Berg abbauen ohne hinterher. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Hey, du stein. Mach mit mir jetzt von der Zeit gern. Komm. Schmanken. Schuppen um. Da komm ich. Sehr schön. Ja, ja, die Rhyme time. Ja, ja, die Rhyme time. Ja, ja, die Rhyme time. Ja, 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 ja. So, sehr schön. Da ist er den Ufer. So. Da geht's tiefer runter. Wird nicht sagen. Irgendwie verwirrend. Hm. Was wird uns da unten wohl erwarten? Wir erfahren es in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bye.